hallo youtube hier wieder surround gaming heute mal mit einem kleinen spezial oder beziehungsweise spontan kleinen podcast wir hatten ja schon einigen zum thema grafikkarten vermutet oder ich habe so ein bisschen durchklicken lassen das sind wie gesagt meine spekulation und nur meine vermutung dass dieser ganze chipmangel um konsolen grafikkarten natürlich auch ein bisschen von der industrie künstlich herbeigeführt ist um letztendlich ja die kunden abzuschröpfen weil ja es ist schon offenkundig dass man so ein mangel sozusagen hat an grafikkarten die prozessoren sind ja nicht mehr ganz so betroffen man muss das immer man sieht es ja denke ich mal auch an den neuen intel prozessoren intel hat natürlich als einer der wenigen chip hersteller eigene werke und intel ist in der lage natürlich selber die sachen zu produzieren sie sind nicht so abhängig und haben nicht so viel outgesourced wie die anderen hersteller aber nichtsdestotrotz jetzt hat sich sozusagen ihr könnt das ganze auch quelle gebe ich auch noch an unten drunter auf heise nachlesen es war ein nikai im endeffekt als quelle für heise da hat sich nämlich der vorstandsvorsitzende von tsmc also den weltweit führenden chip hersteller muss man sagen für halbleiter techniken hat sich nämlich zu wort gemeldet und in dem artikel ihr könnt euch ja auch selber durchlesen dauert eine minute laut heise sozusagen ja wie soll man sagen dazu geäußert dass natürlich dieser chipmangel auch darauf zurückzuführen ist dass einige große sage ich mal amerikanische und andere produzenten von irgendwelchen gütern und produkten jetzt massiv eindecken mit chips und trotzdem dass sozusagen die kapazitäten noch gar nicht ausgereizt sind also die tsmc ist war die tsmc muss man ja so sagen plan sogar trotzdem natürlich weiter die kapazitäten auszubauen sie wollen wohl in den nächsten drei jahren 100 milliarden us dollar in neue produktionsstätten investieren um einfach diesen weltweiten ja anstieg an halbleiter technik oder chips sage ich mal abzudecken macht auch sinn weil man natürlich sehen muss dass die autoindustrie massiven nachholbedarf hat also viele autos werden jetzt sage ich mal schon auf doch noch mehr technologie basieren also ohnehin schon tun und dementsprechend ist natürlich der markt gigantisch also wenn jetzt die autoindustrie sich wirklich wandelt und letztendlich da auch mehr prozessoren benötigt werden dann kann ich mir schon gut vorstellen dass das sinnhaft ist aber interessant ist natürlich zu sehen dass selbst tsmc nicht ganz nachvollziehen kann warum im endeffekt dieser enorme mangel jetzt sage ich mal herrscht beziehungsweise hier sagen sie eben auch die mehrfachbuchung ja also auch der cisco chef im endeffekt chuck robbins hat zwar auch angekündigt dass das noch um jahre anhalten könnte so in dem zyklus hat aber wie gesagt damit zu tun dass einfach einige anbieter sich jetzt massiv mit chips einfach eindecken um solche engpässe denn natürlich perspektivisch aufzufangen aber stellt euch mal die kette vor sie treiben jetzt natürlich den preis in die höhe und nutzen natürlich das zeitfenster aus um letztendlich die sachen überteuert sage ich mal abzuverkaufen also ich kann mir schon gut vorstellen dass die strategie dahinter ist sage ich mal den preis hoch zu drücken wir sehen es auch gerade muss ich sagen massiv in dem monitor market also die monitore wären jetzt verdammt teuer auch ein bisschen mit panel da gibt es keine verknappung also wer mir das erzählen möchte dass bei den panels sozusagen eine knappheit herrscht denn guckt mal bitte was für ein abverkauf im endeffekt bei den tvs jetzt stattgefunden hat also displays zwar sind das zwei verschiedene sparten immer bei den herstellern gebe ich euch vollkommen recht aber da ist keine verknappung glaube ich also da sind die lager voll ja beim tv market natürlich ganz schlimm weil man das totgerittene pferd 8k sozusagen nicht diesmal richtig platzieren konnte und weil es einfach kein content dafür gibt und keiner der halbwegs sage ich mal sinnhaft denkt kauft sich ein 8k fernseher und fängt daran an zu zocken also haut ein pc ran weil es das einzige sage ich mal sinnvolle konstrukt um die 8k zu bedienen und es gab jetzt vor kurzem ein lg 8k tv für 999 euro bei einer großen handelskette in deutschland und da muss man sich einfach die frage stellen wo ist da die verknappung die lager sind voll die werden jetzt beräumt muss man klipp und klar sagen aber die monitore im computerbereich werden extrem teuer und das ist wirklich nachweislich man guckt sich jetzt mal die lg panels an alles was so 35 38 zoll ist 38 zoll ganz schlimm ja da gibt es ja einen ganz guten den wollten wir demnächst auch mal vorstellen das ist ein 38 zoll für so content creator wo es jetzt ein update gibt dass er auch im gaming bereich ganz gut ist da kostet die gaming variante eigentlich glaube so 2000 euro was schon ein enormer schuh ist und dieser content creator lg display display kostete so um die 1350 uvp und der liegt jetzt überall bei 2000 euro auch also den haben sie einfach mal künstlich nach oben gedrückt klar der markt gibt es her die leute wollen es haben und wollen es auch kaufen ja aber ich sag mal so das sind natürlich ganz schön abschreckende tendenzen und ja im grafikkarten markt muss man realistisch sein sieht es nicht besser aus also ich bin gespannt was jetzt die nächsten zeitfenster zeigen sage ich mal wenn die nächsten grafikkarten jetzt auf dem markt raus drücken aber ich glaube gar nicht mal dass das so eilig haben also ich kann mir auch gut vorstellen dass eine 30 80 ti 30 70 ti noch ein bisschen länger auf sich warten lässt und dass er einfach das noch ein bisschen den zyklus so beibehalten weil sie können ja ihre 2000er nvidia zumindestens grafikkarten noch gut an den mann jetzt bringen es gibt jetzt irgendwelche komplett angebote von großen herstellern mit 20 80 grafikkarten und denn es auch wirklich muss man sagen zu den normalen preisen wo sonst die neue generation platziert worden wäre das kann man natürlich darüber streiten ist eine 20 80 2021 noch tragfähig oder ist sozusagen hoffnungslos veraltet natürlich nicht also man muss eine 20 80 20 80 ti wenn er sowas euer eigenen die sind immer noch vollkommen vollkommen gut und ihr könnt immer noch bedenkenlos weiter zocken die dreier generation klar von nvidia und sechster generation von amd nice to have und wer sich sag ich mal letztes jahr zum ende hin eine davon geholt hat der hat sicherlich das glück gehabt noch halbwegs vernünftige preise sage ich mal abzufangen aber jetzt ist es einfach nicht tragfähig das rate ich jedem hier wirklich zu der kleinen xbox sage ich mal wer wirklich jetzt unbedingt zocken will der soll sich so eine kleine xbox es holen und die kostet dann um die 330 euro 350 euro haut euch das spiel rauf und ihr habt freude daran klar ihr könnt keine 4k zocken aber man muss realistisch seine von 4k system im moment zahlt ihr einfach tausende von euros und also ich rechne damit dass das nächstes jahr sobald eine anfängt wieder konkurrenz aufzubauen und ich hoffe mal einer schlägt zu man hat ja jetzt von intel gehört mit ihrer grafikkarten ideen die werden noch sicherlich brauchen also der grafikkarten markt sicherlich wird ein bisschen so bleiben ich denke mal dieses jahr ich hatte zwar angekündigt vielleicht oder prognostiziert dass im sommer dass sich das ein bisschen relativiert ich bin gespannt hängt leider auch sehr von dem faktor pandemie ab letztendlich wenn sie uns weiter sage ich mal rigoros einsperren und man wirklich nicht viel draußen machen kann dann wird natürlich das schöne wetter auch nicht der hinderungsgrund sein sich hier vom pc zu klemmen wir warten was ab wie gesagt wer ein bisschen geld sparen will der holt euch eine kleine xbox oder vielleicht habt ihr noch eine fang damit wieder an zu zocken im grunde genommen ist pc gaming im moment wenn ihr da anfangen wollt einfach viel zu teuer im moment also es gibt da zwar manchmal immer noch ein paar ganz gute angebote muss man sagen einige machen diesen schmarrn nicht mit und da sieht man auch dass es sozusagen ausreißer gibt die einfach denn zu normalsterblichen preisen das ganze wirklich noch platzieren wollen aber das ist wirklich nicht mehr die regel also selbst die großen händler hauen da voll in die kerbe rein und kassieren hier die leute reihenweise ab aber so ist es nun mal bei geld hört nun mal die freundschaft auf ist überall so dementsprechend ein kurzes update wollte es hinweisen ich mache im endeffekt die quelle drunter der artikel ist auch ich glaube von heute der ist gerade erschienen also ich hatte jetzt noch nicht ja der ist von heute also wie gesagt gucken euch mal interessant zumindest ein ganz kurzer jetzt nichts weltbewegendes aber bestätigt sage ich mal die vermutung oder die tendenz dass hier wirklich alles ein bisschen künstlich hochgehalten wird oder verknappt wird surround gaming ist out habt eine schöne zeit und lasst euch nicht stressen bis dann